Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist 150 Meter 30 Soldaten mit einem Kreisplatz Also einfach kurz und dann zur Repetitur und der gleiche Umschauer, der gleiche Sitz und die Ausstellung seiner Bekannte Ja, ohne falls ihr mal sich werft Ich möchte das jetzt an der gleichen Stelle oder an die Kölzer die Wurde kommen Die somit aus der Wurde und auch den Schutz genießen Der Flugzeug ist in der Luft Wir sehen jetzt die Fajaros hier links kommt schon wieder Die anderen beiden sind im Süden Und jetzt kommt der Rundschwacker WCA 350 Überladung von links ab und mit unserem Boden oben Die Nase nach oben haben wir schon gelernt dass der Rundschwacker schließe man eigentlich die Zerstattung und die Rundschwacker Genau Er bremst jetzt ab und setzt jetzt auf und wird annehmen sobald er am Boden ist mit dem Schrauber und das Sicherungsziel und das ist ein bisschen mit dem Schrauber und das ist ein bisschen mit dem Rundschwacker und man ist zu schnell ein bisschen umgebracht und dann müssen wir am links rausgehen weil nach rechts ist dieser sehr große Heckvorvor der Schutzschrauber und wir wollen nicht dass uns Soldaten mit dem Heckvorvor rauskommt also erst die CH schadet wieder zu haben und der G depot und das ist ein bisschen so schön und dann wird das fliege Was ist das? Wir sehen jetzt auf die Entfernung auch mal schön den größten Unterschied zwischen der Transal und dem Eurofighter. Das ist doch gewaltig. Die Transal, die so lange wie möglich auf hoher Höhe bleiben und erst ganz zum Schluss von auch nur der Weizung. Das ist jetzt ganz wichtig. Und wir werden durch die Sonne der Leidenschaft von der Leidenschaft. Und wir werden die Puls auf die Landwirtschaft jetzt wieder laufen. Und genau für uns wird auch endlich ein Kursgewicht. Und was wir jetzt schön sehen, ist diese Runde. Es gibt nur 360 Grad. Eine 360 Grad Rundumsicht, um Ziele aufzuklären, zu bekämpfen. Bei Tag und bei Nacht. Die Jungs freuen sich darüber. Wenn sie einen positiven Feedback bekommen. Als Applaus. Als Winken. Wie auch immer. Sie können es natürlich nicht hören, aber sie können es sehen. Glauben sie es mir. Wie auch immer. Wie auch immer. Aber das ist sehr stark. Und wie auch immer. So, und wie auch immer. Und wie auch immer. Warum war der zweite jetzt lauter?